Dieses hier angebotene Objekt befindet sich in Marburg. 1800 wurde das Objekt erbaut. Das Objekt verfügt über zwei Parkplätze. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei einer Wohnfläche von ca. 230 Quadratmetern beläuft sich der Preis auf 549.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020